Wo ist der hier rausgekommen? Ist das deine kleine Lustkammer oder was? Liebe Freunde der schwarzesten Schwarzigkeit, steigen wir hinab in die dunkelsten aller Höhlen von Outlast 2. Zum Glück seid ihr bei mir, Freunde. Wait, das ist keine Höhle. Wait, Moment, wo sind... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wo war die Höhle, von der ich eigentlich aus... Diese... Oh, hier, ja. Okay, schon recht. Moment, wir fangen einfach nochmal an, oder? Ich meine, wir haben ja Zeit. Whee! Ich hab doch gesagt, ich möchte gerne öfters rutschen. Der Wunsch wurde mir soeben erfüllt. Oh, hell yeah. So, jetzt können wir nochmal einsteigen. Oh ja, wir werden richtig uns hier einen abkrauchen, Freunde. Oh, shit. Whee! Nicht zu steil, okay. Wir wollen es ja nicht gleich übertreiben. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich habe gerade die letzte Folge aufgenommen und konnte mich nicht aber verwehren. Verwehren. Was ist zum Teufel los mit mir? Hier gleich nochmal eine Runde anzuschmeißen. Wait, Moment, warte. Ich muss fucking klarkommen. So, jetzt geht's los, ja. Höhlen-Tempel. Aha. Mhm. Okay. Wait, wer sagt das gerade zu wem? Ist das, ist das Blake gewesen? Blakes Stimme? Warum war die so... mit so einem krassen Hall? Church? No, no. Some kind of... äh... Ketzer-Tempel. Genau, das habe ich gleich erkannt. Dass es eine Art Ketzer-Tempel ist. Oh, what the fuck? Der steht hier auch schon einige Zeit, ne? Bei allem, was du tust. Geh niemals dort hinunter. Oh, ja. Dankeschön. Wo ist denn ihr Kopf hin? Oh. Ah, nevermind. Hab ihn schon gefunden. Oh shit, sollen wir da rüberspringen? Seriously, jetzt? Oder sollen wir es vielleicht erst mal hier versuchen? Ich weiß ja nicht. Warum ist hier eine Mauer? Was wird hier abgesperrt? Naja, wir brauchten irgendwas, um die Totenkopfe drauf zu platzieren. Ah, okay, verstehe ich. Okay, Anlauf. Oh mein Gott, ich hasse das mit diesen Armen, wenn der so strauchelt. Das hat mich schon Outlast nicht leiden können. Das wird immer so fucking brenzlig, ey. Was ist das? Noch eine Höhle. Oh, ja. Du bist besser dran, damit das zu speichern. Das ist alles Nullgut für das Serum. Wenn man in irgendeiner Krankensekte ist, warum muss man Leichen überall platzieren? Ja, für die Immersion, Seth. Sonst nimmt dir keiner ab, dass du krass bist. Ah, okay. Verstehe. Diesen Grund akzeptiere ich. Wo kommt das? Hallo? Warum rufe ich Hallo? Hier ist keiner. Oh Gott. Da ist jemand. Ähm. What? Leute, es ist passiert. Mein Hirn ist Matsch. Das war's. Das war's. Man kann mich einäschern. Man kann mich da auch auf so eine kleine Mauer setzen. Wer hat die Höhle? Und bringe sie in die Höhle. Wir werden die Höhle, die Dunkelheit auf diese gute Erde gebracht hat. Ihr redet dicht vor meiner Frau, oder? Ich wage es. Euch. Ihr wagt es euch. Ich sage es euch. So war das. I forgot how to Deutsch. Okay, mein Freund. Falls du noch was anderes als Jesus Christus' Geburt hier im Kopf hast, kannst du mir vielleicht sagen, wie ich hier runterkomme. Appreciated. Oh, ja. Okay. Der gute alte Hintern gegen die Wand drücken. Trick. Ich vergaß. Schon mein Vater war ein Meister darin. Er lehrte mich auch so einige andere Sachen. Okay. Yes. Gut gemacht. Die Typen haben hier immer Batterien dabei. Herzlichen Dank dafür. Appreciated. Wenn die sterben, verdienen die die auch immer. Die sind ganz lose immer in ihren Brusttaschen. Dann kriegen sie einen kleinen Puffer von der netten Kastrationsbeauftragten vom Dienst hier. Und dann... Oh. Die Arbeit hat mir eine Brücke gebaut. Sehr nett. Appreciated. Oh, Mann. Hallo? Is it me you're looking for? Ah! Ah! Aus! Sitz, Hundchen! Äh! Ja, das ist jetzt ein bisschen peinlich hier, ne? Okay. Oh, ja. Moment. Zum Glück bin ich sportlich und durchtrainiert. Jetzt hätte ich damit ein arges Problem gehabt. Sehr. Oh, Kartoffeln. Das ist etwa... Kartoffeln? Was sind Tüften? Mein Schatz! Oh, ich... Jedes Bild, äh... Was hier hängt und nicht dieses komische Fettgesicht zeigt, ist echt, ähm... Sehr willkommen, muss ich sagen. Neunter März. Noch mehr tote Kinder. Noss sagt, in solchen Kindermords sei keine Sünde, denn sie alle sind Krieger in der Armee des Herrn. Märtyrer, die im Kampf gegen den Erzdämonen gefallen sind. All diese Kinder mit geöffneter Kehle und verbranntem Fleisch werden im Paradies. Jetzt hört auf, da rumzuquietschen. Danke! Warten. Papa Noss sagt auch, dass unsere Sünden in unseren Träumen finden. Unsere Sünden finden uns in unseren... Träumen. Ja, danke. Das sagtest du bereits. Doch meine Träume sind nichts als der Mord an meinen Kindern. Und ich erwache lachend, erregt und oft feucht von der Lust im Schlafe. Ich erwachte heute im Glauben, Blut aus dem Hals eines Kindes benetzt zu sein. Doch die Nässe war meine eigene. Boah, ey. Die anderen haben ähnliche Träume. Wir glauben... Wir gruben Tunnel, damit wir uns heimlich treffen können. Wir versammeln uns und teilen unsere Visionen und suchen nach ihrem Sinn. Ich spüre die Nachricht mehr und mehr, doch sie ist nicht heilig. Gewiss nicht. Ja, Freunde. Das passiert, wenn man... ...sexuell ein bisschen unbefriedigt ist, ne? Man fängt an, leicht überzuschnappen. Wobei sich das sicherlich alles mit einer kleinen Therapie auskurieren lässt, nicht wahr? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich frage mich, ob das Symbole sind, Puppen. Ob sie das einfach anstatt Kinder genommen haben, oder... ...ob das wirklich Puppen auch sein soll. Oh, natürlich geht's hoch. Einige Objekte können vor Türen in Fenster geschoben werden, um... ...diese zu versperren. Vielen Dank. Ähm... ...hatten Sie vielleicht noch ein Zimmer frei? Mit XXL-Bett, bitte. Ich kriege hier noch Besuch. Ich bin... Ich bin... ...Tempel der Gicht. Süchtiger, Feigling, vergewaltiger Kindermörder. Ich bin fort und ich nahm mit mir den Mut, die Wahrheit zu sehen. Komm zu uns. Jage uns. Wir warten nur darauf, jeden Einzelnen, den auf dem Berg schickst, zu töten und zu. Ich hasse dich nicht. Könnte Jesus den Teufel hassen, weil der Jude ist? Ohne die Jahre deiner Ignoranz, deiner dreckigen Lüge, hätte ich meine wahre Sicht nicht gefunden. Ich hätte nicht den Mut gehabt, die Wahrheit zu suchen. Wäre ich nicht von der Wut über deine Unwahrheiten getrieben. Dein Gott ist der Aberglaube eines Kindes. Dein Glaube ist seine Peinlichkeit. Die Zeichen des wahren Vaters waren vor dir, vor uns allen. Und du, aufgeblasen, naiv, so dumm zum Atmen, dachtest diese Vision, wir haben die Strafe eines erzunten Gottes. Dein Gott hat Angst, denn dein Gott ist kein Gott. Dein Gott ist dein Ego, verwundbar und falsch. Welch Schmach. Mein Gott ist kein Gott, aber er ist wahr und er ist hier in jedem Moment der Ekstase. Und sein Kind wird diese Welt ficken und in ewige Herrlichkeit reisen. Ich bitte dich nicht, dich uns anzuschließen. Ich sage dir nur, du wirst dich uns anschließen. Und unsere Liebe ist größer, als du dir es je vorstellen könntest. Well. Eventuell hat sie das geschrieben, bevor sie bescheuert geworden ist. Aber das ist nur meine ganz bescheidene persönliche Meinung. Jaja, ich möchte mal, äh, herausfinden, ob uns das irgendwas bringt, wenn wir diese Video, diese Aufnahmen von diesen, ähm, Dingern hier uns nochmal reinziehen. Sagt er dann irgendwas? Oh, da können wir sie leichter dann lesen. Okay, na gut. Ich habe jetzt damit eigentlich nicht so ein Problem. Ich finde es krass, dass die auch die Texturen mit übersetzt haben. Finde ich super. Okay, gut. Ich dachte, der sagt da was dazu und interpretiert das ein bisschen. Das wäre awesome. Aber ich glaube, das würde auch ein bisschen was kaputt machen. Oh, das können wir wegschieben. Jemand hat uns eingesperrt. So sieht's nämlich aus. So wird nämlich ein Schuh draus. Ja, guck mal an. Hier, kleinen Scharlatane. Der hat aber da richtig frechdachsig veranlagt, ja, ne? Oh. The Forest Flashbacks, Freude. Das Leben im Baum. Oh, Mann. Nähere ich mich eigentlich der Kapelle, oder? Das könnte ein Elevator. Suche ich vielleicht doch, ja, vielleicht ist das ein Elevator. Oh, es war ein verdammter Fehler. Natürlich. Lass mich raten. Der Generator ist natürlich völlig frei und überhaupt nicht bewacht. Oh, ich höre schon die Freuden. Die versammelten. Oh, ich gehe vielleicht erst mal hier rein. Dankeschön. Ja. Macht ihr da draußen mal euren Scheiß selber. Räumt vielleicht ein bisschen auf, wenn ihr zu viel Zeit und Lust habt. Apropos Lust. Wo sind eigentlich die Kinder? Oh, ne. Ne, 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 ne. Es war nur gerade so ein bisschen passend für das Spiel. Verzeiht mir. Das war... Hüte deine Zunge, Sef. Mehr Batterien. Ja. Oh, das wird ein richtig gutes Versteck da mit der Lampe da in der Ecke. Amazing. Oh, schade. Ich richtig schade. Da sieht man, was mit Sündigern passiert. Okay, ich glaube, hier ist nichts mehr. Ich bin immer noch froh, um der Batterie willen, hier reingegangen zu sein. Was ist das so eine... Ihhh. Oma! Na, sind die Kekse fertig? Hi. Was hast denn du da? Leg das mal beiseite. Du willst dich doch nicht verletzen. Oder mich. Oder doch? Nichts für ungut, Oma. Ich hab keine... Du Wüstling. Du... Du... Schlüpferstürmer, Alter. Okay, ich muss nachher zu diesem blöden Generator rennen. Ich hab das schon begriffen. Geh vielleicht nicht in alle Häuser, die du hier findest, Sef. Du könntest ne Machete im Hals stecken haben. So stellen sich die Lerneffekte ein, liebe Leute. Gibt's hier irgendwas? Und wenn's nur ein Funken Hoffnung ist? Oh, das Plumpsklor. Hahaha. Das trifft's natürlich auch. Scheiße. Ich glaub, ich hab die Familie beim Essen gestört. Ja, ja, ich... Alles, was du sagst, wird euch hier in alles, was du sagst. Ist in Ordnung. Du siehst mich nicht, oder? Du bist selten dämlich. Du möchtest auch nicht dein kleines Messerlein an mir ausprobieren, oder? An dem kleinen, unschuldigen Sef. Der seinen Generator sucht. Apropos Generator. Könntest du mir eventuell den Weg weisen? Appreciated. Oh, wie kann ich durch? Sehr gut. Dankeschön. Hab ich gar nicht gesehen. Kann ich mich hier drinnen verstecken? Dort würden sie mich niemals erwarten. Wo bewahrt ihr denn in eurer hübschen Stadt denn die Generatoren auf, meine liebe junge Frau? Wär wirklich äußerst erpicht. Oh, fuck! Das zu erfahren! Wobei, ich hab gerade andere Probleme. Oma, hilf mir mal bitte! Hilf mir mal bitte! Kann jetzt nicht heilen! Geht jetzt nicht! Wo war denn da das Loch im... Au! Zaun! Schwach im Knie! Geh weg! Okay, weg! Okay, weg! Reiter! Reiter! Komm! Komm! Oh! Hohoho! Da seht ihr dich, ne? Hohoho! Weiß nicht, wo ich bin! Wird ja auch fucking zu schön gewesen! Ach, komm! Beende es einfach! Mach Schluss mit meiner Pein! Boah, es ist super schwer, Freunde! Ohne Scheiß! Ich glaube, wenn man wüsste, wo man hin muss, dann wäre das wesentlich einfacher. Man könnte einfach, glaube ich, durchspringen und dann wieder zurück. Das ist vielleicht so eine Notfallstrategie, oder? Boah, ey! Wie soll ich mich denn vor den Typen verstecken? Durch Maschendrahtzaun! Hi! Ja, 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 ich soll reinkommen, ne? Ich bin zum Essen eingeladen, ne? Oh! Oma! 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 Ich esse nie wieder Kekse in meinem Leben! Das gibt's doch nicht! Ich habe dir vertraut! Okay, wir müssen doch vorsichtig vorgehen. Mit der Brechstange ist nicht quasi gerade von Erfolg gekrönt. Okay, da kommt einer. Ich versteck mich mal hier. Ich hoffe, der geht da durch und dann können wir nämlich da mal hochgucken. Geht da bestimmt an der Frau vorbei. Oh! Oh! Ja! Gut, Sepp! Oh, 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 oh! Oh! Deine Labe! Hoch! Oh, die Arsch! Hintert da hoch! Meine Fresse! Wo ist der hier rausgekommen? Ist das deine kleine Lustkammer oder was? Was mache ich jetzt hier? Oh, mit dem angebrochenen Tag. Dankeschön. Das also. Würdest du bitte... Bisschen bedenken. Herzlichen Dank. Nein! Auf! Ja! Ziemlich muffige Luft hier drinnen. Fischte dich auch. Ähm. Sie haben da etwas, was ich benötige. Ich bin dann auch gleich wieder raus, ja? Ich nehme nur mal das. Und bediene nämlich an diesem. Und esse von ihrem Tellerchen. Und trinke aus ihrem Gläschen. Und dann bin ich schon weg. Wie eine kleine... Maisfliege. Wie kommen die hier hoch? Scheiße, scheiße. Scheiße. Weil zum Glück hat der eine Taschenlampe, Alter. Dann sehe ich den zumindest. Der kommt nicht hierher, ne? Der kommt hierher. Leck mich. Ich bin Müll. Ich bin einfach nur Müll. Sonderbarer, quatschender, angsthabender Müll. Darf ich vorstellen? Stinken tue ich auch noch. Ich mache meine Sache recht authentisch. Wird es hier nicht auch? Hohohoho. Hohoho. Oh. Noch ein Keller. Noch mehr zu entdecken. Noch mehr zu verstecken. Aber nichts zu bezwecken. Nachladen. Nachladen. Hier stiefelt irgendwer durchs Gebälk. Ich glaube, das ist einer meiner Freunde. Scheiße, scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann das nicht mehr. Das ist viel zu furchtbar. Boah, ey. Reiß dich zusammen, Seth. Reiß dich zusammen. Du schaffst das. Du kommst hier raus. Und zwar lebend. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Bitte nicht. Ich habe die Scheiße so weit geschafft. Oh mein Gott, nein. Fick dich. E-sohn E-sohn-Vorschnitt ist das. Leck dich am Arsch, beide. Leck dich richtig am Arsch mit eurer Scheiße. Oh. Renn. Kann man das abschließen? Warum kann man das nicht? Ah, ho, 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 ho. Oma. Hui, deine Love. Dankeschön. Mich irgendwo verstecken. Mich irgendwo verstecken. Hier. Oh, kann ich mich hier heilen? Unter Wasser, bitte. Oh, wenn du das kannst. Dann bin ich echt... Ich bin aber beeindruckt von dir. Sie kommen. Sie kommen. Oh mein Gott, ist das heftig. Ich kann nicht ewig unter Wasser bleiben. Das tut mir verdammt weh. Why? Wo soll ich denn dann hin? Ich kann nicht weg. Es geht nicht. 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 Ich kann nicht weg. Sodange der hier rumstreift. Brauche ich gar nicht versuchen. Der sieht mich. Aber sowas von. Du musst das noch eine Weile aushalten, Blake Langer, Mann. Deines Zeichens Ehemann und Träger des schwarzen Gürtels. Jetzt. Komm, heilen. Schnell. Schnell, 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 schnell. Ja, die Uhr auch. Die Luxusuhr. Die darf bitte dich beschädigt werden. Okay, und jetzt. Jetzt sind wir hier an diesem komischen Tor. Wir suchen ab... eigentlich ein Generator, sag mal. Was machen wir denn da jetzt? Können hochgehen. Pssst. Pssst. Bloß keine Aufregung erzeugen. Okay. Aber ich war... noch nie so ruhig stellenweise in einem Let's Play, glaube ich. Oder zumindest schon lange nicht mehr. Das finde ich echt krass. Das fesselt mich so dermaßen. Aber es ist ja auch einfach gut gemacht. Hier liegt ein Zettel. Hier scheinen wir erst mal sicher zu sein. Simon. Ich muss mit dir über ein Geheimnis sprechen, weil ich weiß, dass du dich mit Heilmittel und Medizin und so auskennst. Ich hoffe, du weißt, dass ich so wenig wie möglich mit den Leuten der verdammten Welt spreche, wenn wir uns dort Benzin und andere Notwendigkeiten kaufen, die wir nicht selbst machen können. Ich habe mich etwas mit einem Zöllnerjungen unterhalten, der die Pillen verkauft, die Papa braucht. Als ich sie in der Studierhilfe bezeichnete, lachte der Junge und sagte, der Körper braucht kein Penicillin zum Studieren. Penicillin. Äh, außer man studiert Muschis. Was studierst du, Seth? Hast du von so etwas je gehört? Ich will Papa nicht fragen, weil ich nicht weiß, was er tun würde. Doch ich will ihn nicht versehentlich vergiften. Bitte komm vorbei und sprich mit mir. Die haben irgendwelche komischen Substanzen im Blut. Deswegen sind die auch alle so pervers. Oder? Oh, der Generator. Ich, äh, sorry. Haps. Fast übersehen. Ähm. Oh, ja, ich muss das mehr... Oh, ja, ja. Ah! Ah! Erstmal ein Tässchen Tee, ja? Oder einen Schluck Benzin oder so. Scheiß. Alles. Alles, Mütterchen. Kannst gar nicht erwarten. Das Ding musste echt mal gewartet werden. Ich sag dem Ordnungsamt Bescheid, wenn ich hier raus bitte. Ah, auf geht da aber Gift nehmen. Oder Benzin. Jetzt laber mich nicht voll. Jetzt geh bitte da die Treppe runter. Soll ich wirklich an der vorbei? Ich trau mich nicht. Hat geklappt? Nice. Ihre Optik basiert auf, auf Nicht-Bewegung. Wenn ich still halte, dann, dann, dann sieht die mich. Wenn ich mich bewege, dann weiß sie nicht, wo ich bin. Es hat funktioniert. Siehst du? Meine, meine Thesen sind unumstößlich, Freude. Wie in Luther werde ich sie hier an die örtlichen, äh, Türen nageln. Und ich nagel auch noch ganz andere Sachen, wenn ihr bald meine Träume und Hoffnungen gleich zu diesen Leichen an den Baum. Beispielsweise. Wenn ich irgendwen sehe, dann renne ich, wie ich noch nie im Leben gerannt bin. Ich habe mir die Ausdauer bis jetzt aufgespart. Nein, mach mal nicht, Fräulein. Oder mach mal gar... Ahaha! Nein! Ach, sie! Warum denn sie? Das ist die einzige fucking Charakterin, die one-shotten kann. Und ich laufe auch noch mitten rein. Darf ich bitte nochmal im General... Wehe, ich bin jetzt am Fahrstuhl. Danke. Danke, Spiel. Ich liebe diese Speicherpunkte. Ohne Scheiß, das ist so gut. Als wäre das Spiel übelst frustrierend, glaube ich. Okay, wir müssen uns verstecken. Wieder funktioniert es nicht so. Das ist so krass, wie unterschiedlich diese Charaktere irgendwie... ...arbeiten, man das immer nicht weiß und abschätzen kann. Aber das macht es natürlich umso spannender. Ja, stell her, da gibt es Essen. Okay, die kommt von irgendwo dort unten. Und sieht uns dann gleich. Das heißt, wir müssen uns irgendwo eine Tonne suchen. Dort oben. Dort oben. Oder auch hier hinter. Oder diese. Oder diese. Die hat die nicht gesehen, ne? Die ist blöd. Die ist blöd. Das hätte ja klappen können. Ach, fick dich doch. Oder mich. Oder irgendwas. Ich weiß es doch auch nicht. Okay. Also nicht diese Tonne. Wow. Das Spiel ist richtig, richtig schwer, Freunde. Das haben mir aber auch schon einige gesagt, die... ... auch bei anderen Leuten teilweise schon mehr geguckt haben. Es sind ja schon ganze Walkthroughs vom kompletten Spiel... ... auf YouTube hochgeladen. Oder auf Twitch haben sicherlich auch einige... ... komplett durchgespielt mittlerweile. ... aber viele Leute sagen tatsächlich, das ist echt schwer. Norths Auge? Die Frage ist, wo gehe ich hin? Ich muss doch hier hinter, oder? Die darf nicht sehen, dass ich in die Tonne gehe. Bin weg. Ich habe ein kleines Vögelchen. Ein totes Vögelchen. Ein unschuldiges Vögelchen. Woher weiß die das immer? Das ist doch nicht dein Ernst. Wie, ey? Wie soll ich das machen? Oder soll ich mega schnell zum Elevator rennen? Aber das ist es. Das schaffe ich nicht. Die holt mich doch ein, oder? Oh, ey. Okay, das ist... ... das allererste Mal bei dem Spiel, dass ich richtig krass hänge. Oder muss ich vielleicht ganz und gar einen anderen Weg gehen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss ich durch. Die Charaktere töten viel, viel... ... schneller als... ... in Outlast 1 und Whistleblower. Wir sind viel wahnsinniger hier unterwegs. Okay, wir müssen uns einen Fluchtplan hier mal ausdenken. Wir können natürlich hier rein. Könnten in diese Tonne. Ich weiß nicht, ob das klappt. Könnten auch da runter, beispielsweise. Okay. Vielleicht gehen wir mal da runter. Vielleicht... ... machen wir das. Ich weiß nämlich nicht, in welche Tonne wir gegangen sind. Gibt sehr viel zur Auswahl. Ich sag's nur. Okay, die Chase-Musik hat aufgehört. Das heißt... Nein! Die war hier unten! Ich dachte, die labert wenigstens. Kann dich nicht leiden! Vielleicht, ähm... Vielleicht müssen wir tatsächlich in eine Tonne, die... Wir müssen uns das mal angucken. Ob es da irgendeine gibt. Oder in das Haus. Ist das ein Hinweis? Oder hier vielleicht rein. Hier können wir rein und wir können uns... Können wir nicht, shit. Oder durch das Fenster. Können wir auch nicht. Aber wir können hinten rum... Aber wir können durch das Fenster, oder? Auch nicht. Verdammt, die haben alles abgeriegelt. Die wissen, dass die Alte kommt und alle bestraft. Okay, welche Tonne hier hat kein Wasser drin? Diese hier schon? Alle, oder? Außer die. Außer die. Oh Gott. Die kontrolliert die doch. Okay, Leute. Letzter Versuch. Sonst bin ich echt ratlos. Komm, 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 komm. Go! Und jetzt halt dein Maul! Oh, scheiße. Ey, die Musik ist so verstörend. Mäuschen, piep einmal. Die ist immer noch hier. Ich hab die nicht gehört, weil ich unter Wasser war. Okay. Bis sie nicht mehr spricht. Bis sie nicht mehr labert. Ich seh hier nichts. Diese Löcher sind so scheiße platziert. Das nützt mir nichts. Okay, die ist hier irgendwo oben. Halt dein Maul. Okay, sie ist oben. Er hat mich noch nicht gesehen. Boah, ich hab so Schiss. Es gibt's doch nicht. Wie? Wie soll ich das machen? Erklär's mir. Ja, jetzt, meine liebe Gemütlichkeit. Du kommst zur richtigen Zeit. Oh, wow. Das hätte ich ja gar nicht erwartet, wenn du hier so durch die Straße schlägst, dass das passiert. Oh Gott, ey. Oh, finished. Scheiße, man. Leute, vielleicht gibt's auch keine andere Möglichkeit, außer durchrennen. This way is for you. Vielleicht gibt es sie nicht. Vielleicht müssen wir tatsächlich einfach durchrennen. Oh Gott. Renn, du fucker. Renn. Renn um dein Leben. Los. Go, 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 go. Go. Oh mein Gott. Zum Fahrstuhl. Zum Fahrstuhl. Schneller. Schneller. Jetzt nicht schlapp machen. Jetzt nicht schlapp machen. Oh mein Gott. Alter. Das ist die Lösung. Zum. Oh, lecklicher Marsch. Du verdammtes Miststück. Ey, meine Stimme ist so richtig heiser gerade schon. Von dem Spiel, ey. Boah. Okay, ja, ja. Nimm mal was auf. Ich trinke mal einen Schluck, Leute. Besser. Boah, ey. Ohne Mist. Das war intensiv. Aber so richtig hätte ich das Dreirad gehabt, wäre das nie passiert. Ja. Zacks, ne? Wird mich, wird mich nerven. Die könnte jetzt einfach den Fahrstuhl sozusagen zurückbestellen und mir nachkommen, aber... Gemütlich, wie ich doch gerade bin, schlendere ich mal hier durch die Gassen. Und hoffe, dass ich vielleicht irgendwo eine Tasse Tee abnehme. Jessica. Wo ist der? Das ist Jessica, die singt. Das ist die Stimme aus dem Trailer. Oh no. Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich. Okay, ich schau mich hier noch um. Falls es noch irgendetwas gibt. Vermutlich aber nicht. Eventuell noch irgendwo eine Batterie, Freunde. Oh Gott. Ne, hier drinnen. Das kommt von hier. Da liegt wer. Okay, der sieht nicht im Entferntesten weiblich aus. Wie komm ich da hin? Warte mal, was steht da? Tempelgate. Okay. Der Name der Gemeinde hier. Wo ist Huren zu Satan? Boah, ey. Das ist Knochen. Ich hab's gewusst und er hat mich trotzdem übelst erschrocken, ey. What the fuck? Okay, Freunde. Ich würde sagen, dass... Ich mach jetzt hier mal einen kleinen Schnitt. Ich bin übelst fertig. Das ist so intensiv, ey. Holy fuck. Okay, Freunde. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ohne Scheiß. Outlast 1. Outlast Whistleblower. Ist echt hier ein Witz dagegen, ey. Diese Verfolgungsjagden. Dieses Versteckspiel ist so krass krank. Das ist echt... Das ist echt saugut gemacht. Okay, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und wir sehen uns. Haut rein. Und ciao.